Also das, was da gerade passiert ist, ist eine Revolution von einer Skala, die wir uns eigentlich so die meisten Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Also das wird eine tektonische Plattenverschiebung werden in unserem internationalen Gefüge, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch den ökonomischen Wertschöpfungsmöglichkeiten. Da wird sich sehr, sehr, sehr viel verändern in den nächsten Jahren. KI und künstliche Intelligenz, auf Englisch AI, revolutioniert die Welt. Und dieses Video kann dein Leben für immer verändern, wenn du zu den First Movern gehörst. Und das, was wir uns heute anschauen, ist transformierend. Also von dem her, schau immer alle unsere Videos an und YouTube-Kanal abonnieren und das Glockenzeichen nicht vergessen, unsere Freitagsmails hineinschauen. Aber dieses Video ist besonders wichtig, wirklich zu verstehen, was aktuell da draußen passiert. Wir haben hier einen Experten, der sich jeden Tag mit nichts anderem beschäftigt, als mit künstlicher Intelligenz. Wir befinden uns hier gerade in Österreich. Ich war zu Gast auf einem KI-Retreat, weil ich auch schon selbst verstanden habe, wow, was in diesem Bereich wirklich passiert. Wir haben es bei uns da jetzt vielschichtig umgesetzt. Ja, und auch mit diesem Mann werde ich mich noch sehr, sehr häufig über dieses Thema unterhalten. Denn er hat auch einen Vortrag beigesteuert. War ein sehr, sehr guter Vortrag. Und ich freue mich, dass er uns jetzt Rede und Antwort steht. Ich spreche von Garrett Wilson. Garrett, schön, dass du mit dabei bist und dir die Zeit nimmst. Wir haben einiges zu besprechen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Interview werden. Also, erst mal so die Frage an dich. Was passiert dort draußen eigentlich? Wie bist du zu dem Thema KI gekommen? Und ja, was muss ich da unbedingt wissen bei diesem Thema? Yes, also auch danke nochmal an dich, Thorsten, für die Einladung. Ich bin ein großer Fan von dem Kanal. Freut mich jetzt auch sehr, hier mit dabei zu sein. Ich habe mich mit dem Thema KI angefangen vor sechs Jahren zu beschäftigen. Einfach aus einer wahnsinnigen Faszination heraus. Ich habe ursprünglich Psychologie und Neurowissenschaften studiert. Und da bin ich schon mit diesem Thema in Kontakt gekommen. Ich habe gemerkt, dass es eine wahnsinnige Faszination für mich ist. Ich bin dann da reingegangen, habe auch in den Bereich gearbeitet als Data Scientist, habe KI-Algorithmen selbst trainiert und mich dann jetzt vor drei Jahren für selbstständig mit ziemlich gutem Markttiming. Zwei Wochen tatsächlich vor ChatGPT Release. Und seitdem bin ich natürlich Vollzeit nur daran dabei, meinen Kunden, also Unternehmen im deutschsprachigen Raum, dabei zu helfen, diese Technologie für sich wirklich zu nutzen und damit auch wirklich einen Mehrwert zu erzeugen. Also, das hat vom Business-Timing her gut funktioniert. Warum? Intuition tatsächlich. Das hat tatsächlich eine gute Intuition gehabt in dem Moment. Und die kommt natürlich aus einer absoluten Faszination mit dem Thema. Ich sehe das genauso wie du. Also, das, was da gerade passiert ist, ist eine Revolution von einer Skala, die wir uns eigentlich so die meisten Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Also, das wird eine tektonische Plattenverschiebung werden in unserem internationalen Gefüge, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch auf den ökonomischen Wertschöpfungsmöglichkeiten. Da wird sich sehr, sehr, sehr viel verändern in den nächsten Jahren. Warum ist das so? Was hat uns als Menschen einzigartig gemacht? Unsere Denkfähigkeit, ne? Pognitive Kompetenzen, Dinge zusammenzufügen und dadurch auch sammaltieren, überlegen zu sein in der Hinsicht. Ganz genau. Pattern Recognition, strategisches Denken, Problemlösung, Kreativität. Und wir sind jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte an einem Punkt, wo wir genau diese Faktoren in Maschinen abbilden können. Deswegen, ich glaube, die nächsten Jahre, die werden unglaublich transformativ, die werden unglaublich disruptiv. Und ich habe es mir quasi zur Aufgabe gemacht, ich möchte diesen Veränderungsprozess, der gerade passiert, den möchte ich begleiten, um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, diesen Prozess auch für sich sinnvoll zu gestalten. Anstatt einfach, also man kann es so sagen, dass es fast wie so ein Tsunami da kommt. Ich möchte Menschen jetzt so eine Art Surfbrett geben, dass sie mit der Welle mitgetragen werden können, anstatt wie die meisten, die das vielleicht davor noch die Augen verschließen, die dann da vor der Welle mitgenommen werden und für die es dann in dem Fall gar nicht gut ausgeht. Du hast in deiner Präsentation sehr interessante Zahlen, Daten, Fakten genannt. Hast du da ein paar, um es greifbar zu machen? Also was passiert dort? Die habe ich direkt parat. Also ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel damit, auch zu studieren, was passiert da wirklich am Markt. Zwei Drittel aller Berufe, aller Arbeitsplätze, die es jetzt aktuell gibt, sind jetzt schon einem gewissen Grad von KI-Automatisierung ausgesetzt und bis zu ein Viertel aller Arbeitsplätze könnten komplett wegautomatisiert werden. 80 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen KI noch nicht. Das ist eine Statistik vom Statistischen Bundesamt vom November 2024. Das ist eine recht aktuelle Statistik. Da hat sich auch in den letzten Monaten nicht viel daran geändert. Da muss man sich auch durch YouTube und LinkedIn-Bubbles oder Instagram überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die meisten sind noch nicht mal aufgestiegen auf den Zug. Und vielleicht die letzte Statistik noch. Aber das heißt, um das zu sagen, also wer sich jetzt damit beschäftigt, ist da noch vorne dran. Wir sind noch so früh. Also die meisten Menschen denken schon, wenn sie sich damit auseinandersetzen, denken sie, ich habe den Zug verpasst. Wir sind gerade am Anfang. Also wirklich jetzt gerade ist der Zeitpunkt, wo du darauf einsteigen musst, weil du dann zu den First Movers gehörst. Dann gehörst du denen, die sich einen wirklichen Wettbewerbsvorteil dadurch erarbeiten. Und auch da vielleicht, wie gesagt, die letzte Statistik nochmal. Jährliche Wachstumsrate von 15 Prozent Year-over-Year bis 2030. Also es ist wirklich eine unglaubliche Wertschöpfung, die da gerade passiert. Ein unglaublicher Wachstumsmarkt. Meine Überzeugung ist, wenn du in diesem Markt positioniert bist, egal in welcher Form, wirst du davon profitieren können. Ja, bei mir ist es übrigens auch so. Also ich beschäftige mich jetzt auch seit knapp einem Jahr damit und ich habe auch ein Team bereits umgestellt. Das heißt, wir nutzen diverse Möglichkeiten. Software haben das schon integriert. Wir werden das jetzt noch gesamtsystematisch richtig anpacken. Das wurde mir auch nochmal klarer, beziehungsweise selber auch die Zeit und Fokus. Ich persönlich sehe es auch so, als selbstständiger Unternehmer generell, als Mensch, egal wie ich, muss mich damit beschäftigen, muss zukunftsfähig sein. Weil, nehmen wir einmal als Beispiel, ein Anwalt, ein renommierter Beruf und ein komplexer Beruf, man muss dafür studieren und es ist nicht einfach. Aber es ist Information, wird zukünftig, quasi der Wert von Information wird gegen Null gehen, weil wir das überall kostenfrei und gratis bekommen werden. Man muss, da vielleicht noch kurz, ich habe einen guten Freund, der hat eine komplexe Recherche gemacht, da hat er ein paar Tage dafür benötigt und hat das getestet. Der hat es dann in ein Tool eingegeben und er hatte das nach ein, zwei Minuten, dasselbe Ergebnis, wofür er mehrere Tage investiert hatte an Zeit. Also es ist ein unglaublicher Zeitfaktor und ich versuche selber mir das auch vorzustellen, sage ich mal, was das alles bedeuten kann und wird. Ich glaube, man kann es gar nicht, weil es viele Variablen gibt, aber es wird ein extrem einschneidender Prozess sein, den wir die nächsten Jahre live erleben werden. Also es ist ein historischer Moment für die Menschheit. Unbedingt. Und natürlich, es kann niemand vorhersagen, was passieren wird, aber es ist auch hier genau wie am Markt zum Beispiel an der Börse. Es gibt Trends, es gibt Anzeichen für das, was passieren wird. Zum Beispiel für mich die Analogie zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Rechtsanwalt. Das ist wie vor der ersten industriellen Revolution, hast du jahrelang trainiert und gearbeitet, um unglaublich gut darin zu sein, Gruben auszuheben, für ein Fundament von einem Haus zum Beispiel. Und dann kommt auf einmal ein Bagger. Der Bagger ist genau dafür gedacht und ist optimiert und kann das sehr viel besser machen als jeder Mensch. Jetzt gerade sind wir dabei, dass eine neue Technologie kommt, die halt ganz bestimmte Stärken hat. Und wenn du in diesem Bereich arbeitest, dann besteht das Potenzial, dass dein Berufsfeld disruptiert wird. Das heißt für mich, der Ansatz ist immer wirklich in der Tiefe zu verstehen, was kann die Technologie, was wird sie vermutlich in ein paar Monaten können und mich dann zu positionieren, dass ich halt nicht in eine dieser Nischen reinfalle, wo eine Maschine einfach sehr viel besser drin ist. Zum Beispiel die Juristerei. Da geht es sehr, sehr viel darum, Texte zu analysieren, auch Texte zu erstellen. Das ist genau das, was diese Sprachmodelle machen. Die Halluzinationen werden immer weniger von diesen Modellen. Das ist einfach ein Markt, der wird disruptiert werden. Werbetexte schreiben zum Beispiel. Also eigentlich alles, wo es um Texterstellung oder Auswertung geht. ESG-Berater zum Beispiel, um mal so ein Beispiel aus dem Finanzwesen auch zu haben. Das sind alles so Bereiche, die werden disruptiert werden. Das ist außer Frage. Man muss nur diese Trends erkennen und auch schauen, wo sind dann die Pockets, die sich auftun, wo eine Maschine das nicht kann und auch in den nächsten Jahren nicht können wird und sich dann darin zu positionieren. Ich persönlich habe die Einschätzung, es wird sich zukünftig unglaublich viel zentralisieren. Wir erleben das ja schon immer mehr Milliardäre, aber gleichzeitig mehr Menschen, die Probleme haben mit Inflation, den Lebensunterhalt zu beschreiten. Ich persönlich würde mich interessieren, ob du das teilst. Es wird sich zentralisieren und es wird sich zukünftig auch hier. Viele, diejenigen, die er nutzen, die werden ganze Märkte gewinnen, aufräumen. Andere, die eigentlich einfach, dass sie mal das gemacht haben, was der Zehnte funktioniert hat, auf einmal so plump, plump reicht ihre Marge nicht mehr aus und sie sind weg vom Markt. Das, was wir auch schon durch Internet bereits erleben, aber nochmal Internet hoch zwei. Wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso. Meine Theorie ist sie. Also auf einem großen Stil, du hast ein unglaubliches Potenzial für Vermögens- und Machtkonzentration in den Händen einer weniger Player, weil du halt einfach durch diese Maschinen so viel schneller, effizienter werden kannst in dem, was du tust, dass wirklich dir die Marktanteile zu gewinnen in deiner Nische ist einfach dieser Prozess, diese Konsolidierung der Marktführerschaft, das wird sehr, sehr viel schneller gehen. Was ich glaube, was passieren wird, das hat das Internet ja auch erlaubt, das Internet ist unglaublich, also es ist eine unglaubliche Möglichkeit für Menschen, die in eine Selbstständigkeit rein wollen, zum Beispiel, weil die die Möglichkeit haben, sich selbst sichtbar zu machen und über smartes Marketing, über Social-Media-Kanäle, wie du es zum Beispiel auch gemacht hast, wie ich das auch mache, für sich einen eigenen Markt zu kreieren. Was uns jetzt diese KI-Technologie erlaubt mit den KI-Agentensystemen, mit diesen Denkprozessen, mit dem strategischen, was es eingeht, der Recherche, der Content-Erstellung, du kannst die Möglichkeiten, sich erfolgreich zu verselbstständigen, gestützt durch diese KI-Technologie, die sind unglaublich. Meine Vermutung ist, es wird so, von, ich weiß gar nicht mehr genau, das heißt es, the long tail heißt es. Du wirst schon ein paar Player haben, die sehr große Marktanteile kontrollieren, aber es wird eine wahnsinnig lange long tail geben von Menschen, die sehr, sehr erfolgreich werden können für sich in ihrer Nische, auch in der Selbstständigkeit, so produktiv wie früher ein Team von 20 Leuten, wenn man da halt jetzt früh genug reingeht, sich diese Kompetenzen aneignet und sich dann halt auch entsprechend positioniert in der Arbeit. Wir erleben das ja schon, dass quasi Milliarden Konzerne entstehen mit immer weniger Belegschaft, die benötigt wird dazu und es gibt bereits, ich habe das von einem, sagen wir mal, US-Kollegen dort mal gehört, der geht davon aus, es wird dann, es wird Milliarden Konzerne geben, die haben nur zwei oder drei Leute. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, was dort draußen passieren wird. Da hat tatsächlich so tief, lief das und auch generell, also die Menschheit wird nie wieder so ansatzweise sein. Viele wollen ja so eh wieder, ja, die Zeiten waren so angenehm und kuschelig vor der sogenannten, ja, wisst schon, und das wird nie wieder passieren. Es wird nie wieder ansatzweise so sein wie vorher. Die Menschheit wird weiterhin existieren, aber es wird sehr intensive Zeit und auch ruckelig werden. Ist das eh schon politisch? Also wir brauchen eigentlich bei KI, das ist ziemlich örtisch, keine Ahnung, Kriegen und so weiter. Und es kommt ja noch on top jetzt gleichzeitig. Also das ist eigentlich Wahnsinn, was da auf die Menschheit gerade einbricht. Unglaublich. Witziger Funfact. Sam Altman, also CEO von OpenAI, hat gemeinsam mit einer super kleinen Gruppe, auch absoluter Milliardeninvestoren, eine Gruppe, die haben eine Wette laufen, wer das erste One-Person-Billion-Dollar-Business bauen wird. Also die wetten genau da drauf, weil du halt heute als einzelne Person so einen Hebel der stellen kannst mit diesen Technologien, dass es halt möglich sein wird. Und ich sehe es genauso wie du, die nächsten Jahre werden unglaublich disruptiv. Meine Überzeugung ist, und so positioniere ich mich, ich glaube, die Nummer eins Kompetenz, die du heute mitbringen kannst, ist Agilität. Du musst die Kompetenz haben, dich immer wieder neu zu erfinden, dich immer wieder neu zu positionieren, immer wieder kliff zu machen. Das, was gestern oder heute funktioniert, muss nicht morgen funktionieren, beziehungsweise es gibt bessere Möglichkeiten. Man kann halt die Marge, also ganz vereinfacht, ich soll das hier unterbrechen, aber die Marge ist halt keine Ahnung, heute vielleicht 20 Prozent. Wenn ich das nutze, habe ich vielleicht 30, 40, 50 Prozent. Ich kann mein Unternehmensergebnis einfach mal so verdoppeln. Wenn ich aber nichts mache, ist meine Marge vielleicht dann mal 10 Prozent, 0 Prozent, minus 10 Prozent. Ganz genau. Und es kann halt aber auch einfach sein, dass dein Markt von heute auf morgen wegbricht. Also wir haben auch echt viele Leute, die sich positionieren in einem Unternehmen, wo dann halt OpenAI bringt ein Update raus und auf einmal ist deine Wertschöpfung im ökonomischen Sinne ist einfach futsch. Das ist jetzt ein drastisches Beispiel, so ganz so leicht funktioniert das nicht. Aber das ist das, wo wir uns bewegen. Es ist tektonischer Plattenschrift. Wir stehen alle auf wie auf so einer Eisscholle und da bricht immer wieder was weg und irgendwas floated rum. Und ich sehe das deswegen so. Es ist meine Aufgabe, in diesen Zeiten immer wieder unternehmerisch am Ball zu sein, mich einfach umzuschauen, selbst wenn man kein Unternehmer ist. Einfach immer nur wachsam sein, was passiert da gerade und smart sich zu positionieren. Einfach auszurichten. Welche Kompetenzen brauche ich jetzt, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Zum Beispiel, ich finde, jetzt ist das Zeitalter eigentlich, um diese unternehmerischen Kompetenzen zu lernen. Für jeden. Auch wenn man angestellt ist, dich selbst zu vermarkten, zu verkaufen, Wertschöpfung zu verstehen in einem ökonomischen Sinne, Angebote zu entwickeln, deine Skills zu erweitern. Einfach, dass du flexibel bleiben kannst, dich immer wieder neu erfinden kannst in dieser sich verändernden Landschaft. Wie zum Beispiel, einfach KI-Berater zu werden, wenn einem selber das interessiert, und kann man es anderen beibringen. Ein gewaltiges Potenzial. 80 Prozent nutzen es noch gar nicht. Sie werden es früher oder später nutzen müssen oder sie verschwinden, die meisten Unternehmen. Es wird, das ist natürlich ein Unterschied, manche Branchen wird es sehr stark treffen, manche ein bisschen weniger, aber es wird uns alle letztendlich beeinflussen. Das heißt, viele, ich glaube, die meisten Zuschauer werden schon mal irgendwie zumindest so ein Chat-GPT mal genutzt haben. Es ist eigentlich Wahnsinn, was man schnell wie komplexe Dinge dort bekommt. Okay, du bringst auch anderen Menschen bei, im Übrigen, also ihr könnt euch auch an Gareth hier wenden, mit der sagt, ich möchte zum Beispiel, keine Ahnung, das wirklich lernen, auch an andere weitergeben und da mir vielleicht ein riesen Business aufzubauen. Also ich persönlich sehe es so, weil es heißt ja, es werden Arbeitsplätze wegfallen, es werden auch welche entstehen. Ich persönlich würde sagen, es werden klar deutlich mehr Arbeitsplätze weggehen, werden wir verlieren, aber es werden auch neue entstehen und es sind gewaltige Chancen, an diesen Kuchen zu partizipieren. Und das wäre jetzt meine abschließende Frage, weil wir wollen ja bei uns auch immer konstruktiv rausgehen. Das heißt, was empfiehlst du den Leuten jetzt, was können sie tun? Also was jeder und jede tun sollte und meiner Meinung nach tun muss, ist erstmal einfach nur einzusteigen. Und einzusteigen kann auch einfach tatsächlich so sein, also so einfach sein wie versuchen, möglichst viel im eigenen Alltag mit dieser Technologie zu arbeiten. Einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte das Ganze ernst nehmen, meiner Erfahrung nach, das ist wahrscheinlich wie bei dir, sage ich jetzt mal Anlage oder Investment. Natürlich einfach erstmal anfangen, reinzulesen, rumzuschnuppern, eine Bewusstheit dafür zu schaffen. Wenn man es dann wirklich meistern will, dann richtet man sich an jemanden wie dich, wo man es wirklich in einem strukturierten Prozess lernt. Das sehe ich auch so. Es ist einfach nur eine Kompetenz, das ist kein Hexenwerk. Einfach nur, ist es Technologieverständnis, die Fähigkeit zu entwickeln, Anwendungsfälle zu identifizieren. Das wird mit eines der größten Themen über die nächsten Jahre sein. Das ist eine Allzwecktechnologie, die KI. Man muss auch erstmal schauen, wo kann die überhaupt eingesetzt werden. Dann zu verstehen, wie kann man das systematisiert nutzen, wie kann man Automatisierungen aufsetzen. Das ist alles was, da kann man sich über Zeit einarbeiten. Es ist eine Reise mit 10.000 Schritten. Mein Aufruf an alle, wenn ihr zukunftsfähig sein wollt, macht den ersten Schritt. Bildet euch weiter, experimentiert rum, schaut, was für euch funktioniert und habt einfach Teile. Es ist eine wahnsinnig disruptive Phase, es ist eine wahnsinnig aufregende und spannende Phase. Da passiert gerade was. Für mich, ich sehe das so, das ist wie die industrielle Revolution. Das ist ein historischer Moment, der gerade passiert. Und ich werde das meinen Kindern und Enkeln irgendwann erzählen können, dass ich da an der Speerspitze mit dabei war. Das ist wahnsinnig faszinierend auch einfach. Da vielleicht noch interessant, weil die industrielle Revolution, die hat ja dafür gesorgt, dass wir Menschen Maschinen benutzen, damit wir ja unglaubliche Dinge damit quasi neu erstellen können. Das gab es vorher nicht. Jetzt haben wir Menschen, aber Maschinen erstellt, die Maschinen bedienen, sodass wir gar nicht mehr da sein müssen. Das ist das Faszinierende, was dort eigentlich passiert. Und es ist disruptiver als das Internet, was eine gewaltige Disruption war. Ansonsten wären wir jetzt hier gar nicht hier auf YouTube zum Beispiel gerade. Und du würdest mich uns möglicherweise realistisch betrachtet gar nicht kennen. Jetzt, wir verlinken auch den Kontakt von Garrett unter dem Video. E-Mail, ihr könnt euch gerne wenden, schickt eine E-Mail mit dem Betreff KI-Revolution und dann vielleicht einfach auch so die Fragen beziehungsweise über das etablieren kann, weil du bringst also anderen, wie gesagt, dabei, wie sie selber KI-Berater werden können. Also was machst du grundsätzlich? Was kannst du Menschen anbieten? Ja, ich habe in den letzten drei Jahren als selbstständiger KI-Dienstleister gearbeitet. Ich habe Unternehmen beraten, was sind Anwendungsfälle für diese Technologie, das differenziert zu betrachten, auch Umsetzungskonzepte zu erstellen. Ich habe Prompt Engineering gemacht. Wie kann ich den Umgang mit diesen KI-Modellen meistern, um auch wirklich vorhersagbar hohe Qualität damit zu generieren? Sehr spannender Beitrag von dir gewesen. Danke dir, danke dir. Und das Dritte ist Automatisierung. Also wie kann ich dafür sorgen, dass KI zum Beispiel über Agentensysteme, aber auch KI-Automatisierungen in diese Arbeitsalläufe einfach reingebracht wird, um systematischen und skalierbaren Mehrwert zu bringen. Das habe ich in den letzten drei Jahren gemacht, habe für meine Kunden dadurch sehr viel Mehrwert generiert und genau diese Kompetenzen, die bringe ich jetzt anderen Menschen bei. Also wenn man da wirklich tief reingehen will, das ist ein Rabbit Hole, das geht sehr, sehr tief. Genauso wie du, ich bin auch ein Fan der Tiefe. Also wirklich tief einzusteigen, ist wirklich in der Tiefe zu meistern. Für die Menschen, die daran Interesse haben, die können sich gerne bei mir melden. Das ist genau das, wo ich sehr, sehr viel Freude habe, das zu vermitteln. Ja, also wir waren gestern noch ein bisschen in der Sauna, noch im Pool, da haben wir auch viele spannende Gespräche gehabt. Also ihr seid bei Gerrit wirklich gut aufgehoben. Das hier ist wirklich ein Video, was dein Leben auch immer verändern kann, wenn du das verstehst und wenn du auch zu den First Movern gehörst. Hey, du kannst aber auch noch 10 Jahre warten, so ähnlich wie über Bitcoin und dann irgendwie später dich damit beschäftigen, wenn es nicht mehr irgendwie anders geht. Aber dann ist natürlich die exponentielle Kurve und all das, was du dir damit aufbauen kannst, ist halt ein finanzielles Traumleben zum Beispiel. Ja, nicht mehr ganz so einfach, möglicherweise auch noch einigermaßen. Also es wird auch ein längerer Prozess, es gibt immer Möglichkeiten da draußen. Aber hey, vielleicht einfach mal ganz am Anfang dabei sein. Ja, Gerrit, war ein sehr spannendes Interview. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, viel Erfolg. Wir sind weiterhin in Kontakt, dir ja intensiv. Genau, und viel Spaß beim Umsetzen. Ja, Video auch liken, kommentieren, immer unseren Freitagstipp-Mails hineinschauen, weil wir solche Themen die ganze Zeit haben. Deswegen ganz wichtig, und unser E-Mail-Verteiler und auch das Glockenzeichen bei YouTube natürlich nicht vergessen. Also bis nächsten Freitag. Dein, euer Thorsten Wittmann. Die, oh, die, oh, Untertitelung des ZDF, 2020